Hallo Freunde, Hunde sind nicht nur die besten Freunde des Menschen, sondern auch die besten Beschützer. Durch ihre Treue und Hilfsbereitschaft fühlen sie sich verpflichtet, uns auch aus brenzligen Situationen zu befreien. Ob sie dadurch ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, ist ihnen völlig egal und der Instinkt geht mit ihnen durch. Gefährliche Situationen realisieren sie schnell, doch schaut selbst, wie sie dabei reagieren. Irgendwo in China. Der Typ kriecht über den Boden und bemerkt das Hundehäuschen hinter ihm nicht. Als die Hunde rauskommen, kriegt er den Schreck seines Lebens. Der hier wird von einem maskierten Gangster in seine Wohnung gedrängt. Sein Hund versteht keinen Spaß und verteidigt sein Herrscher ohne Kompromisse. Bewaffnete Überfälle sind gar nicht cool. Dieser Ladenbesitzer wird übelst bedrängt. Sein Hund hilft ihm aus der misslichen Lage. Ein Typ macht sich an einer Tür zu schaffen. Er will einbrechen, hat aber nicht mit dem Hund gerechnet. Er kann sich jetzt erstmal auf ein paar Bisse freuen. Diese beiden fühlen sich besonders cool. Total motiviert versuchen sie, die Tür einzutreten. Das hätten sie besser sein lassen, denn die Hunde haben Bock auf Action. Er hofft auf den Clou seines Lebens und klettert über den Zaun. Die Euphorie hält jedoch nicht lange an. Und als die Hunde kommen, kann er gar nicht schnell genug nochmal verschwinden. Es ist immer wieder cool, wie Hunde sich für uns einsetzen. Schade, da sie von vielen Menschen trotzdem so schlecht behandelt werden. Es ist immer wieder cool, wie Hunde sich für uns einsetzen. Schade, da sie von vielen Menschen trotzdem so schlecht behandelt werden. mal in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich noch kurz jemand grüßen und zwar meinen Freund Kwanik. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich letztes Jahr erst so um die 100 Abos hatte, hat er mich in einem seiner Videos erwähnt. Ich fand das mega korrekt. Schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei und grüßt ihn von mir in den Kommentaren. Seinen Kanal habe ich euch hier verlinkt. Außerdem könnt ihr euch gerne noch weitere Videos von mir anschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Outro